Heute gehen wir mal zur Schaumburg und zur Barschenburg, liegen beide so ein bisschen übereinander und kann man von der B83 schön sehen. Ausgangspunkt ist der Ortsteil, der Rindlner Ortsteil Schaumburg, gehen dann durch den Tiergarten zur Schaumburg hoch. Jetzt sind wir schon nach Schaumburg, gehen die Steinmetze besuchen und gehen dann wieder am Rückweg über die Schaumburg herunter. Einen steilen Berg wieder runter und sind wir wieder am Ausgangspunkt. Hier ist der Haupteingang der Burg. Er baut wahrscheinlich im 11. Jahrhundert, 1119 war die erste Erwähnung und 1400 wurde es erweitert. Und hier diesen Georgsturm, der ist ungefähr 30 Meter hoch, ist über Treppensteigen, Holztreppen zu erreichen. Hier so sieht es im Inneren aus, immer Holzbalken decken und Treppensteige. Von da oben ist natürlich eine wunderschöne Aufsicht durch diese Lupen. Da gucken wir jetzt mal durch. Und zwar in Richtung Osten, da sehen wir rechts Hessisch-Ollendorf. Hier den kleinen Glockenturm. Und das ist die Gaststätte. So, jetzt sehen wir hier, das ist das Eingangstor von hinten. Und da drüben die Gaststätte zum Schaumburger Richard Ritter, wo ein bisschen gehobene Ansprüche helfen. Und das ist der Ortzahn Rosenberg, wo wir auch hergekommen sind. Da sind wir gestartet, da unten. Oh, wunderschöne Aussicht in Wesertal, wenn es nicht so diesig wäre. Gucken wir mal in den Burghof. Hier steht die Große Linde. Ja, das ist der Innenhof. Und dann gehen wir wieder hinab zum Ausgang. Geht so, Frauchen. Es ist ein scherz-Wundscher, wenn sie noch die Kühe lagen wollen. Und dann gehen wir wieder hin. Die Kleine ist ein scherz-Wundscher. Und dann geht es weiter. Und dann können wir nochmal über den Sieg eines Alters. Die Kühe sind auf dem Schaumburger. Die Kühe sind auf dem Schaumburger. Sie sind hier drüber, die Kühe ist ein anderes Schaumburger. Nubi, komm mal her, geh mal zu Frauchen, hier können wir gleich mal runter gucken. Und uns die große weite Welt angucken, hier können wir wieder hoch gehen, gehst du so gern hoch, komm, ab und hier. Na, aber ziemlich diesig, ne? Oh, das ganze Wesertal. Oh, das war's.